Dieses Spiel. Ja, wir spielen heute mal wieder. Das ist schön. Das lässt die Schmerzen vergessen, die man den Tag über hat. Das ist schon super. Ach so. Ja, ja. Das ist schon puh. Die Latte wird jetzt echt hochgelegt. Ja, na klar. Wenn durch das kooperative Spiel hier Schmerzen vergessen. Das finde ich schon super. Da kann man auf andere danken. Ich soll hier einen Brütschirm... Ich muss hier Untertitel anmachen. So, guck mal. Untertitel... Ich muss erst mal was machen hier. Erst mal muss ich Ton wieder runterdrehen. Du musst erst mal Audio runterdrehen. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. So, wie kann ich jetzt hier... Ach, so jetzt. So. Aber ich denke mal, die Farbe ist schon gut. Die Farbe ist super. Ist die Farbe. Wir spielen das zum ersten Mal. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Warte mal. Extras. Ich muss mal eben hier... Ich kann hier gar nichts einstellen weiter. Streamen. Streamen. Chicky boing. Kampagne Punkte spielen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, da wirst du... So, Untertitel. Ich schalte mal Untertitel. Ja, ich beziehe dich ein. Alles super. So. Tutorials. Nehmen wir auch mal Anzeige. Hauptsache, ich kriege keine. So, Erzählfreudigkeit der Brigade maximal. Sag ich. Da habe ich auch gedacht, mach es nicht. Aber, ich meine, wir wissen ja nicht, was das bedeutet. Deswegen habe ich es auf maximal gelassen. Aber weißt du, was ich geil finde? Ne. Dieses Menü, ne? Das ist geil. Warte mal, rechter Trigger, Freunde. Warte mal. Ich, äh... Ich sag mal... Ne, kann ich nicht. Ich kann dich hier noch nicht einladen. Warte mal. Ich, ich gehe mal in die Kampagne. Und da kann ich doch bestimmt jetzt, Freunde... Kann ich dich hier nicht... Ne. Ich kann dich hier nicht einladen. Warum geht das nicht? Kann ich dich hier... Ne, kann ich hier auch nicht. Ach, hier unten. Warte mal. Mehr Spieler. Hier. Ich hatte dich hier. Lobby wird erstellt. Ich, ich... Versuch mal was, ja. Jeder kann bei... Nur Freunde. Und wenn ich jetzt sage, Freunde, kann ich dich jetzt einladen. Guck mal. Ich habe dir eine geschickt. Hast du sie bekommen? Ich finde das so cool, dass dieses Spiel von Rebellion ist. Ich wusste es nicht mehr. Uh, da ist... Da ist Chicky Boy. Boah, ich muss meinen Charakter anpassen. Ja, ja, ich, äh, auch. Ähm, ich passe mal an. Ähm, nimmst du eine Frau oder einen Mann? Äh, ich... Eine Frau natürlich. Na klar. Ich... Wobei, es gibt nur zwei Frauentypen. Ach, siehst du, kannst du nicht viel anpassen. Es gibt nur die, die Typen. Hm. Welche nimmst du als Frau? Die Rothaarige oder die andere Rothaarige? Die Rothaarige. Na, die andere ist auch Rothaarig. Die, äh, die, äh, ähm... White Power. Ja, ja, ist klar. Ja, ich nehme... So. Was ist beim Inventar einzustellen? Ich kann ein Chamberlain-Automatik. Aha. Können wir da irgendwas ändern? Nein. Doch, rechter Trigger. Ich kann... Uh, eine Kingsley-Special-Meer-Lader. Ja, ja, so ist das. Aber viel auswählen kann ich jetzt hier nicht an Waffen. Naja, weil wir noch so Snoop-mäßig sind, weißt du? Ich habe ja auch kein DLC hier gekauft und so, deswegen... Ne, das ist das Standard aus, ähm, Game Pass, ne? Ich bin Gracie. Gracie Braithwaite. Braithwaite? Äh, Braithwaite? Heißt die Braithwaite? Heißt die wirklich... Warte mal, heißt die... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Heißt die Braithwaite? Warum? Tatsache. Weil in Red Dead Redemption 2, äh, gibt es, ähm, in Roads, im County Roads, gibt es zwei große, wie nennen wir das einfach mal, zwei große, ähm, Häuser, also so Hillbilly-Häuser. Eins so, ähm, die, 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 die Hillbilly-Mutter, die alles unter Kontroll hat und auf der anderen Seite die etwas höher gestellten. Und, äh, da sind die Braithwaites gegen die, oh Gott, den anderen Namen habe ich vergessen, aber die Braithwaites weiß ich deswegen noch, weil das immer so, oh, wir reiten jetzt mal zu den Braithwaites und gucken mal, was die für eine Quest für uns haben, weißt du? Äh, deswegen kümmern wir das so bekannt vor. Die Braithwaites. Ah, schön. Das ist, äh, ich stelle erstmal noch nichts an. Also, ich wäre fertig erst mal. Was ist mit dir? Ähm, ich, äh... Also, wir wissen überhaupt nichts von dem Spiel. Wir spielen jetzt Kampagne... Achso, können wir die ändern? Ah, nee, können wir nicht. Hehe, hehe. Wir spielen jetzt die Kampagne in der Harbins-Ausgrabungsstätte. Du musst, glaube ich, auf, äh, okay, bereit stellen. Und... Warum hakst du denn dein Audio? Ich hake nicht. Ich hake nicht. Warum hakt das? Darf nicht haken. Hakt das? Ja. Gut. Aber du hakst bei mir nicht. Aber wir wissen nicht. Aber ich, äh, stelle jetzt mal auf fertig, okay? Ja... Au! Oh! In diesem Moment im Himmel über... Geil! Das hat aber große Ohrlappen, hä? Teller in den Ohrläppchen. Warum hast du die Bomben in der Hand? Ich frage die Grafikstil von den Charakteren. Ich frage die Grafikstil von den Charakteren. Ach. Ach. Surtaki? Ja. Witch Queen? Uh. Oh, die hat eine Axt als Kopf. Ich hoffe, wir kriegen ein Tutorial. Ja, bestimmt. Ich glaube, das Spiel nimmt sich wahrscheinlich so hundertprozentig ernst, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich mag den Charakter-Style, also auch die Zeichnung finde ich cool. Ich frage mich, warum das so an mir vorbeigegangen ist, dieses Spiel. Das ist irgendwie zeitnah jetzt auf der Xbox. Gibt es, glaube ich, auch nur auf der Xbox, ne? Nie auf dem PC auch, also live. Aber warum ist das so an mir vorbeigegangen? Keine Ahnung. Wow. Das ist doch aber kein Microsoft-exklusives Ding, oder? Doch. Okay. Das sieht schön aus, ja? So. Okay, also es ist auf alle Fälle... Links drehen. Linker Trigger zielen. Das ist Granate. Granate ist... Was war das jetzt? Sag mal, welche Tasten? Äh... Linker, linker Button ist Granate, left Trigger ist zielen. Schießen. Oh, guck mal hier! Guck mal! Äh... Pass auf! Pass auf! Guck mal hier! Achtung! Guck! Mein Fuß! Siehst du meinen Fuß? Äh... Ja, wie machst du das? Äh... Mit einem rechten... äh... Rechten Button oben. Boah! Wie sieht das... Ich kann mir die Faust machen. Wie sieht das aus? Achso, die hat eine Hose an. Ich wollte schon gerade gucken. Ähm... Was ist... Y ist Nachladen? Okay, das war Waffen. Wechsel. Also da ist es die Steuerung mit dem Y wie beim Dings hier, ähm... Gears. Ne... Nicht Gears. Ähm... Gears war ja... Gears war ja das Kreuz unten. Y hier... Was haben wir zuerst gespielt? Was... Was ist das denn hier? Das muss ich mal eben kurz recherchieren. Also bevor wir jetzt... Warte mal eben. Also, Strange Brigade. Ja, ja. Wir haben noch Zeit. Also, lasst dir Zeit. Lass dir Zeit. Warum... Warum ist das an uns vorbeigegangen? Ist ein Koop Third-Party... Bla... Ah, PS4 auch. Ja, süß da. Äh... Rezeption. 69 von 100. Metakritik. For Players 72. Game Pro 82. Giga 7 von 10. Also, durchschnittliche Bewertungen. Also, gute Bewertungen. Ja. Kritisiert. Bla, 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 bla. Okay. Keine Ahnung, warum das nicht... Stehe ich nicht. Hm. Also, ich sehe jetzt nichts, was hier... Das ist auch noch nicht so alt. 28. 28. August veröffentlicht. Fein. Stand there. See if I care. You shan't get anything from me. We'll soon see who breaks first. Warte mal, ich bin gleich fertig. Und dann können wir loslegen. Nerve den Erzähler. Wahrscheinlich, weil wir hier rumstehen. Ja, genau so ist es. So. Okay. I don't know. I don't know what you want from me when I go home. So. Äh, ich... Ich kann. Hup. 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 Sowas lässt man langsam angehen. Nerve den Erzähler. Habe ich jetzt auch gerade gekriegt. So. So, mit A ist springen. Oh Gott, aber die... Warte mal, ich glaube... Warte mal, ganz kurz. Oh, ist doch schön. Die Kamera ist ein bisschen schnell, oder? Ist echt ganz nice aus. Warte mal kurz, warte mal. Ich will ganz kurz... Oh, hier gibst du ja einen Fotomodus. Ähm... Ich will mal kurz die Steuerung muss noch einstellen. Ich glaube... Was ist ein... Was ist ein Hoch-Runter-Empfindlichkeit? Ähm... Hier ist eine Mausbeschleunigung an. Aha. Ich schalte die mal aus. Kannst du vielleicht mit Tastatoren im Ausspielen. Ich glaube, ja, wa? Das wär's ja. Oh. Ja, schließ mal an. Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hab das nicht ad hoc parat. Wieso? Das probier ich auch aus beim nächsten Mal. Erstmal... Ad hoc. Es sieht aber gut aus, oder? By wood no less curses. It's meant to be played. Ach, jetzt... Jetzt sagt er hier zielen und schießen. Ich schieße auf mich. Warte mal. Ich muss einmal nochmal. Ist dir das nicht zu schnell? Äh... Der... 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 Der ist richtig. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Also ich finde den ein bisschen... Äh... Äh... Schnell, ja. Also... Warte mal. Besser. Ich glaub, jetzt ist besser. Äh... Mal gucken. Wo bist du? Ach, guck mal. Hier kann man Sachen einsammeln. Wo? Hier kann man doch Story lesen. Machen wir nicht, ne? Wo denn? Ah, hier. Warte mal. Was ist das? Ich hab ein Storyfitzel eingesammelt. Warte mal. Hilfe ist unterwegs. Noch keine Antwort auf Nachrichten. Benötige unverzügliche Antwort. Bestätige, dass Harbin unschädlich gemacht ist. Bestätige, dass Situation unter Kontrolle. Bestätige, dass Grab noch ungeöffnet. Bestätige, dass es dir gut geht. Sei stark, Veronika. Hilfe ist unterwegs. Hast du gehört? Ich hab hier, äh... Was hast du kaputt gemacht? Ich hab hier was aufgemacht und dann sind da ganz viele Köpfe rausgekommen. Jiiiih... Und vor allem die Rollen. Guck mal, hier Colad noch einer. Ja, ja, ich seh's hier. Colad rollt der bei dir auch? Ja, ja. Oh, oh. Höh! Bridge out! This awkward obstacle has to be overcome some other way. Toll. Hast du super gemacht. Komm mal nicht lang. Hier. Wasser. Da lang. Da lang. Da lang. Wenn man hier drauf schießt, was passiert da? Löcher. Okay. Oh, warte mal. Ziele anzeigen. Aha. Erfahre, was mit Harbin geschehen ist. Erreiche Harbins Außenposten. Vorsicht, hier sind, äh... Was ist das? Was ist das hier? Was ist die Katze? Was ist das denn? Ich hab's kaputt gemacht. Eine cryptic cat. Huch! Huch! Uuuuh! Welch Wunder befinden sich den Schatzruhenpferd ab des Weges. Edelsteine Gold. Geheimnisse, wie sie den Sterblichen unbekannt sind. Öffne alle Truhen, die du unterwegs findest, um die Belohnung darin zu erhalten. Okay, das kriegen wir hin. Was ist das hier? Kick. So. Hier, Kick. Ne, da Kick. Da Kick. So. Wie kannst du denn Kick machen? Ich kann nur hier... Jeder hat seinen Schlag. Ich hab das und du hast die Faust. Toll. Ja, du hast halt die starke Frauenfaust. Zerstöre mich. Uh. Steuert und spielt sich bis jetzt ziemlich gut. Ja. Ist das Tutorial? Oh, oh. Schnell! Auf die roten Kisten schießen! Oh, komm. Nefarious Necromancy. Das ist immer ein super Start. Dieser Sprecher ist geil. Ja, ja. So typisch aus den 50er Jahren oder so, ne? Aber es gibt kein Auto-Aim. Ja. Oh, fuck. Hast du gehört? Ja. Das mir. Ich werd keine gute Hilfe sein. Hehehe. Obwohl doch ein bisschen zielt da hin. Du musst diese blauen Orbs einsammeln. Die Bremsen muss ich einsammeln. Oh, oh, oh. Alter. Was? Was war das? Mega gut. Oh, das ist doch ein cooles Spiel. Alte R-Movee, um Seelen zu befreien. Geh. Keine Ahnung. Ach so, hier. Zum Einsammeln. Ach so. Mal hier. Achtung. Ich hab die, die, die blauen Krühen damit eingesammelt. Ah. Ne. Vorsicht. Geld gibts hier auch. Tu mal ein bisschen lauter. Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Ist doch ein bisschen zu laut, ja. Halt, stopp. Keine Gewalt. Ne, zu leise. Zu leise? Wie viel Prozent hast du da stehen? Ja, 100. Ich hab auf 70. Ja, ich pegel ja, ich pegel ja bei mir woanders, weißt du. Heb nicht auf. Hm. Was war das? Gesundheit. Ah, Gesundheit. Ha, Geld. Ich hab hier ne Katze gehört. Wo ist hier ne Katze? Hab ne Katze gehört. Ja, ich glaub ich auch. Wo ist das Vieh? Ich hab's ja. Also es spielt sich erstaunlich gut, ja. Erste Tour. Die mach ich mal auf. Ist von Rebellion. Was haben die alles gemacht? Alles. Alien vs Predator zum Beispiel. Hier komm ich nicht rein. Kaputt. Alien vs Predator haben sie zum Beispiel. Untersuchen. Ich untersuche mal. Hab ich das schon gesagt? Was die Alien vs Predator schon? Mach da. Der Sprecher. Der Sprecher. Der Sprecher. Eye of the Storm, Alien vs Predator, Tom Curtis, Rainbow Six, Asterix, Blah, The Mummy, Skyhammer, Gunfighter, Cluster, Midnight Club, Delta Force, Medal of Honor Underground, Rainbow Six und anderes noch, Judged Red, der gute Teil. Huch, was ist das? Sniper Elite, Rogue Trooper, Miami Vice, Gun, Harry Potter und der Oden des Földigsten, Simpsons Games, Star Wars, Battlefront, Call of Duty, Rogue Trooper, Shellshock 2, Rogue Warrior, Battlefront, nochmal ein Teil, Alien vs Predator, wieder ein neuer Teil, Never Dead, Sniper Elite 2, alle Sniper Elite Teile die es gibt, Zombie Army Trilogie, Battlezone 98, Battlezone VR, Sniper Elite 4 und der aktuellste Battlezone Command, Combat, Dings. Alles gut. So, jetzt haben mich alle aufgezählt. Hier drüben kann... Ich wollte so viel mit der Vollständigkeit teilen. Ja, also super. Also ich bin, ich hab hier, heb mich auf. Ähm, was ist das? Ein Gesundheitstrank. Sehr fein. Aktivier mich. Ich muss hier aktivieren. So, hab aktiviert. Was aktiviert? Achso, die Truhe, ja, ja. Zum Nachladen und... Aber brauche ich ja nicht, oder? Ach, du kannst auch Waffen wechseln in dem Ding. Hier drüben gibt's immer irgendwo was zu holen. Aber die kann man auch upgraden, hast du gesehen? Warum muss ich hier drauf schießen? Oh, well spotted. Yes, looks like you're on the right track here, Brigade. Huzzah! Success! Good Plains of Glory! I can think of a few good uses for these Razor-sharks. Äh, Paragraph? Ja, ja. Ich glaub, ich hab da was gemacht. Hm, bisschen was kaputt gemacht. Oh, du... Wo kommst du denn her? Oh, oh. War das nicht gut. Da kam einer. Kick. Raute aus Kick. Oh, 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 oh. Schuhe mir die Seelen. Ich auch. Oh, ich brenne, ich brenne. Ich brenne, bin Feuer und Flamme für dich. Aua. Die Waffe, die ich habe, ist scheiße. Aua, ich brenne schon wieder. Ich glaub, ich muss hier eine Maushalte schließen. So, ich wechsle mal kurz die Waffe hier. So. Kopf weggekloppt. Sehr gut. Ja. Oh, 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 oh. Yeah. Jawohl. Gleichzeitig. Ähm. Na, lädt der wieder auf hier? Oh. Ach, die Tür ist aufgegangen übrigens. Ah, Munition aufgefüllt. Hier ist ein Munitionskasten. Ja, danke. Wo müssen wir jetzt lang? Eigentlich, glaub ich, durch die Tür. Oh, ich hab Medizin genommen. Toll. Oh, ich krieg Besuch. Ja, hinter dir. Hast du mal weggemacht, ne? Danke. So. Oha. So, und weg mit dir. Knack. Und knack. So, und das. Der Un-Vater. Was hast du da Hübsches? Oh, weg ist es. Äh, ein Schnellfeuer-Edelstein. Ah, oh, Besuch. Kann man einer, äh, kann man einer Waffe hinzufügen. Wenn wir einen Upgrade machen für unsere Waffe. So. Was ist denn, kann ich eigentlich schwimmen? Ne, kommen wir gar nicht hin. Ich geh mal hier nach oben gucken. Ich geh mal wegen dem Upgrade gucken, oder? Huch, hier sind Leute. Oh, mein Amulett ist aufgeladen. Ich kann jetzt irgendwas machen. Warte mal. Geil. Jawohl, Ammunition. Wo ist der? Ist der so weit weg geflogen? Klack. Okay, also, nächstes Mal hebe ich mir das auf. Oh, hier gibt's einen Flammenwerfer. Ja. Und der ist Geschichte. Ach, das ist die andere Seite von der Brücke, die, die kaputt gemacht worden ist. Dann können wir unten durch das Tor da gehen. Da, durch das da. Ah, ich find's recht spannend. Also, so überspitzt übertrieben, ja. Huch. Geil, Scorpions. Boah, das ist ja jetzt hier, äh, wie heißt es? Das, äh, Series M, finsterer Stecher krabbelt ins Kampfgeschehen. Alter. Da kommt noch mehr. Oh, ich bin fast tot. Kann man auch mal einen Trank nehmen. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Jetzt hauen sie ab. Einer ist noch. Oder sind beide weg? Benutze einen Trank. Ach, so. Wie denn? Nach oben-Taste. Oh, oh, oh. Fuck. Den haben wir zu. Hast du den aktiviert, oder? Nee, ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Oh, der war aber heftig gerade. Löde Viecher, ey. Warte mal ganz kurz. Oh, ähm, ähm, nee, geht gerade nicht. Ich seh's gerade. Warte mal, ganz kurz. Ich will eine Sache noch gucken. Ähm. Halt, warte mal. Zielhilfe ist aktiv. Aha. Werden für dich die Ziele automatisch anvisiert. Davon merke ich aber nichts. Ist nicht so schlimm. Noch haben wir überlebt. Huch. Ich hab hier Besuch. Wo bist du denn? Da. Ah, yes, Leo, strange Smackdown-Shuffle. Good luck. Huch. Ich dachte, ich hätte dich getroffen. Ist da noch einer von dir? Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? In so einer Kammer. Ach, die spawnen hier mal wieder. Siehst du die Sequenz auch? Nein. Oh, okay. Sonnenuhr des Raas habe ich jetzt sicher. Ja, habe ich hier unten eingesammelt. Was auch immer unten ist, aber... Ich bin den anderen Weg lang gegangen. Na toll. Jetzt gehe ich hier ganz alleine. Oh, du bist nur eine Katze. Ja. Das ist die Grenze von dir. Oh, fuck. Ganz viele Spiders, Viecher. Ich habe hier gerade ein Problem. Glaube ich. Boah, wie viele kommen denn noch? Ja, bei dir auch, ja? Na. So. Oh Gott. Ambuliert. Ja, bei mir auch. Vielleicht komme ich jetzt zum Firefox. Nee, komme ich nicht. Schieße auf mich. Warte mal kurz. Ganz hinten. Ach so, das wäre... Ach so. Ach so. Aha. Da komme ich gar nicht zu dir, du. Da komme ich gar nicht hin. Aber hier unten habe ich alles eingesammelt. Ja, jetzt verstehe ich das. Ah, das haben wir genau zielen hier. Wie kommen wir jetzt zum Firefox hier? Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Das ist so eine andere Sache. Aber ich habe hier eine Welle nach der anderen. Oh ja. Okay. Ach, da bist du ja. Joa, ich bin einmal rumgelaufen. Also quasi den anderen Weg habe ich jetzt schon fertig gemacht. Und zwar, und zwar pass mal auf, folgendes. Siehst du diese gelben Kugeln da? Wenn du auf diese schießt, werden Fallen aktiviert. Ach. Welche gelben Kugeln? Die da. Die roten hier. Die da. Wupp. Hast du das sehen? Danke. So, und genauso da oben. Schieß mal auf die... So, ich schieße mal da oben auf die Dings drauf. So, hier hinten ist eine... Hab was. Einen Staubschlüssel habe ich. Skarabeos Schlüssel gefunden. Cool. Oh, was ist das denn hier? Was denn? Ich lasse es gerade ankommen hier. Das ist der andere Relikt. Ui. Quincy Teil 1. Hab ich das dann auch eingesammelt, wenn du das einsammelst? Ich glaube ja. Wo sieht man das gegebenenfalls? Pausentaste und dann Y. Da kommt gerade was. Da kommt gerade viel. Muss. Was will los? Das merke ich gerade. Ui. War genau mein Spiel, ne? Das ist nicht so übertrieben ernst. Was ist der? Wir vor allem auch von der Geschwindigkeit und vom Gameplay. Ja, ist doch super. Das ist wirklich schnell. Aber du musst nicht viel nachdenken. Aua. Du hast Nahkampf kombiniert mit Schiefereien. Super. So. Super. Wie schaut's aus bei dir? Ich guck mal, ob ich die Waffe upgraden kann. Ich bin fruchtig. Muss noch entdeckt werden. Ne, muss noch entdeckt werden, steht bei mir. Was ist denn hier los? Was ist das? Weiß ich nicht. Was denn? Wo denn? Also die Remington kann ich upgraden mit Schnellfeuer-Edelstein. Ach so, weil du den hast und ich nicht. Huch. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ach doch. Uh, Vorsicht. So, wir sollen hier irgendwie drauf schießen. Ach so. Nee, oben der Kot. Oben. Äh, Wanderer. Lies mal vor. Lies mal vor. Wanderer. Und der da unten. Dann Wanderer in der Mitte. Und äh. Wieder der da unten. Und dann da unten. Und dann unten Mitte. Sauber. Huch. Oh, das war doof. Her im Himmel. Na, na, na. Was? Wer schnurrt? Wie ein Kätzchen. Uh, 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 uh. An obscure find, to be sure, but well worth the effort. An ancient and... Kalender des Ra. Ui. Geil. Private Collection, Methinks. Methinks. Was haben wir hier? Ui. Schnellfeuer-Edelstein. So. Jetzt sind wir da draußen. Komm. Komm. So, was ist unsere Aufgabe noch? Erfahre was mit Habeln. Untersuche den Außenposten, okay? Hier, Skarabierschlüssel. Ja, den können... Warte, erst upgraden. Kleinen Moment. Ich, äh... Du hast welche Waffe upgradet? Irgendeine. Spirits provide. Welche hast du denn im Einsatz hier? Remington? Gibt gar keine. Oder meinst du die Pistole? Nö. Ich hab keine Remington. Nee, hier die... Chamberlain-Automate. Remington. Entschuldigung. Die heißt nicht Remington hier. Die heißt Remington. Die Schrotflinte? Hm? Was bewirkt die dann nachher im Upgrade? Man sieht ja gar nicht, was das Upgrade bringt. Wie viel bringt das Upgrade? Da steht, dass du dann schneller nachladen kannst. Ja, ist ja richtig. Aber wie sich das unten wirklich auswirkt, das meine ich damit. Ach so. Aber ich denk mal, ich gönne mal... Ach hier, warte mal. Hier sieht man, glaub ich, jetzt das Upgrade. Warte, 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 warte. So, verkaufen. Nee, Schicksalsgöttin. Man kann sogar mehrere Upgrades reinhemden. Nee, eins. Der hat bloß in einer Socke. Okay. Kann man die wieder entfernen? Nee, ne? Keine Ahnung. Ich, äh... Weiß es leider nicht. Nee, man kann's nicht entfernen. Drinne ist drinne. Okay, ich hab jetzt auch mal die Schrottflinte. Los geht's. Das war dann. Untertitelung des ZDF, 2020